Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz, der Johannes Scherer hat gerade angerufen. Der braucht noch einen Weihnachtsgag. Da kommt er wieder früh. Ja, hab ich auch gesagt. Sind ja noch genau 100 Tage bis Weihnachten. 100 Tage oder wie manche Leute sagen, nur noch einmal duschen. Ja, da kommt bei mir Stimmung auf. Finde ich gut. Jo. Aber ich glaube, ich habe auch noch einen. Pass auf. Weihnachten oder wie man dieses Jahr sagt, wir erwarten eine Marzipandemie. Was ist diese Pandemie? Marzipan. Alles klar. Gibt ja bestimmt wieder viel Süßkram. 5 Euro in die Wortspielkasse? Mhm. Aber geil. Ja. Aber ich glaube, jetzt habe ich ihn. Okay. Der erste Weihnachtsfeiertag fällt in diesem Jahr auf einen Freitag. Aber gläubische Offenbacher hoffen, dass es nicht der 13. ist. Komm, den schickt man hoch. Ja, muss auch reichen für heute. Mach mal Schluss mit lustig. Genau. Händlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH.